Was ist die Landschaft und der Tourismus? Wo der Mensch eingreift, die Landschaft sich zum Material macht, wie in der Landart gesehen, wie aber auch in unwahrscheinlichen Landscans vom Center of Land Use Interpretation. Landschaft im Historischen, von der romantischen Landschaft bis zur modernen Landschaft. Landschaft bei den Naturwissenschaftlern mit all ihren geologischen Aspekten, die Erdzeitalter, die eben jetzt in Anthropozän weitergeführt werden, als großer menschlicher Eingriff. Das zu reflektieren, dazu ist das große Landschaftsprojekt im Joanneum angelegt.